Gut Ach ihr seid so scheiße, komm Ich brauch mal die Gangs Und sonst wird das ja nix hier Ich hab's geahnt Gut ihr versteckt euch also da Alter Finde ich gut gerechnet ne Aber Das ist Okay Waa Wieso kommst du Wieso kommt ihr denn diesmal Was macht ihr das sonst nicht Verhaltet euch doch nicht immer anders Das ist nicht fair Ja da ist ein Spawner unterwegs Was ist das Habe ich mir jetzt auch gedacht Das sah mich der da noch aus Oh cool Komm mal her Na gut das war's doch Ach Was ist denn so bitter daran Dass ich jetzt die Homings mitnehme Ach Kumi Ihr seid mir zu klein Ich brauch was Ich brauch was größeres Ah Ätzend Komm da sind solche kleinen Winzlinge raus Ich mag die nicht Ich mag die nicht die sind doof Ach komm Sterb Ach wir können Viecher bloß so scheiße sein ne Das ist schon bitter Hm Ich krieg die nochmal an Erstmal diese schöne Muni So was haben wir hier Ah Ich fand dieses Geräusch Oh Jetzt ist aber Schluss hier Komm Eine Runde sterben nur für den Dämon Na komm Ruhe Ruhe Ist Stöcke Oh da ist ja der neue Sturm Ah Das ist die Dinger Irgendwo fliegt noch so ein Geräusch glaube ich Ja Geh sterben Hm Gut Jetzt ist Ruhe hier Ruhe im Kit Ja So Jetzt haben wir da Ach die rote Türe Und das Exit Jo Warum auch nicht Und hier ist eine Falle Jo Das Übliche kennt man ja Gut Gut Was ist da jetzt noch Da sind die Gefangenen Oh wenn wir diese Vollidiot nochmal Oh Die sind ja bewacht Warum denn das Was Was habt ihr denn dagegen wenn ich die übermangel Das muss doch in eurem Interesse sein So Ah wie viele kleine Missfiecher sind da jetzt wieder gespawnt Ha Oder ausnahmsweise mal keine Da ist auf jeden Fall ein Energy Center Das ist sehr gut Äh sind da sehe ich mal keine gespawnt Oh Mensch Weltmissbild So Tchuu 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 Gefühle Aha Hier Hat auch sehr nach Geheimgang gerochen Hier muss man ja wirklich mal zugeben Okay Was ist denn nun schon wieder Wo kommst du jetzt schon wieder her? Tja Ein bisschen besser aufpassen musst du allerdings trotzdem Warte mitte de Ganz so blöd bin ich auf Dauer auch nicht Abgang machen So Ne warte Jetzt wollen wir intelligent arbeiten So Lass mal hier rin So So Jetzt mit der Intelligenz da ran Ach da ist ja schon wieder ein Spawner Sind denn die ganzen Viecher schon wieder Ach da unten Und da oben ist auch noch so ein Vieh Ach lass mich raten das kam aus dem Spawner raus Ja So So kriege ich euch So Oh noch einer Oh 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 Wo kam die jetzt? Oh nicht festhaken Wo ist nicht? Wo ist nicht? Was ist denn das? Was haben wir denn hier noch Schönes? Was ist denn das? Oh Interessant Oh Ein Gegner Ein Gegner Lee Kann man das Gegner Lee auch ein bisschen besser töten? Bestimmt ne Dachte ich es mir doch Dachte ich es mir doch So Mhm Und jetzt komme ich hier wieder raus Ach wat Nice nice Ok dann fliegen wir hier nochmal zurück Und irgendwo Ach Aha Das kann ich mit euch Spaß haben Den werde ich auch haben Hehe Sehr schön So Wo ist jetzt das Oh das Shield Guck mal her so ein Ding Ich will trotzdem konvertieren War das zwei Seiten? Leckt mich Tatsächlich Ähm Wo Ist denn jetzt mein Ursprungsort Na der war es nicht Und ich glaube hier spawnen gerade jede Menge Gegner Oder auch nicht Aber von wo kam ich denn jetzt her? Ich bin hier echt verwirrt Ich bin hier echt verwirrt Gott habe ich hier Schiff Okay Okay aber mein Part ist doch wieder zu Ende ne? So Nichts Das ist ja interessant Na gut Egal ich speichere das jetzt so Cool Das leuchtet hier also so wunderschön Kann man da nochmal auslösen? Ne? Der Maum aus Was ist denn hier noch? Von da kam ich glaube ich Oder ich Aber ich habe hier Eine Orientierung überhaupt nicht mehr hier Sind hier nicht die Gegner aufgetaucht? Vielleicht? Ja! Hätte man sich denken können Hätte man sich denken können Und schon hat sich das Chloaken-Grid gelohnt So Einmal hergeben bitte Ah das ist natürlich gleich weg Wo war denn das blöde Energy Center überhaupt jetzt endlich? 2 2 Ne Hä? Vergreift das nicht? Hm Da komme ich gar nicht mehr hin wie es scheint Ich will das nicht nicht doch helfen Komisch Eine eigenartige Geschichte Bitte Ach hier hoch einfach nur ne? Äh so war das Ja Wo war jetzt das Energy Center? Komm jetzt zeige ich mir doch endlich wo dieses Energy Center war Da Dankeschön So Jetzt die Energies da oben Bitte tut mir den Fallen seid noch da Oh no Sie sind jetzt abgehauen Das ist doch meh Kann man das nicht irgendwie zu finden? Ach was ich bin mit dem Gegner noch nicht fertig Ach wieso denn das jetzt wieder nicht? So Okay Gut Bleibt da jetzt liegen Ich komme doch gleich Mensch Keine Hektik da oben Ich will euch jetzt haben Dankeschön So So Ich kann nicht angehen was ihr abhaut hier Das geht oben nicht Ich brauche euch doch So Der Part ist lang geworden Ja Deshalb werde ich jetzt auch langsam mal zum Ende kommen Vielleicht muss ich ihn auch wieder aufsplitten Ich bin jetzt zum E Na wir mal schauen Ähm Was haben wir hier? Ach da waren die Gefangenen Jo So La 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 Okay Ich würde jetzt auch ganz gehen noch mal zu dem Punkt hin Wo Wo Ne Ähm Irgendwo war doch noch was abzugreifen Da wollte ich nämlich auch noch mal hin Das ist hier nicht Hier war das doch nie im Leben Wieso sind denn das schon mit der Gegner Wo Auch immer du jetzt herkommst Na gut Bis Da ist doch ein Spawner aktiv schon wieder mal Also irgendwas spawnt sich da schon wieder zurecht hier Also irgendwas spawnt sich da schon wieder zurecht hier Also irgendwas spawnt sich da schon wieder zurecht hier Und du bist es diesmal nicht Aber hier gehts zurück So Und hier könnte das sogar sein wo ich hin wollte Hier war doch irgendwo So was Ja irgendwo war ich nämlich noch Genau Und da gucke ich mal eben rein Da muss man irgendwie ran kommen Das gibt es gar nicht Jaa Wusste ich es doch dass man da ran kommt Wollen wir doch haben ne Das Zeug hole ich mir noch Und dann mache ich Erstmal Pause Ja Das geht aber nur nicht Das ist das Problemchen Äh Was ist das Ah Geil ist jetzt her bitte Ich glaube man muss ein bisschen Gutmütiger mit der Tiefe sein Ja genau so ist es auch Oh das ist ja mal geil ne Wenn sich das mal nicht gelohnt hätte Wenn sich das mal nicht gelohnt hätte Ich denke mal jetzt würde es eh mit der gelben Tür weiter gehen Aber das machen wir dann beim nächsten Mal Aber ich kann ja schon mal zu gelben Türen fliegen Hm Leck mich am Arsch Gönne ich dir nicht So Also den Kollisionsschalten Ne Das gibt es nicht Keine Erfolg vergessen Ähm Bin grad echt unsicher ob ich hier von dem Level überhaupt schon alles abgeflogen habe Also Was habe ich denn nun schon wieder gemacht Äh Ich will doch nur jetzt so Die gelben Tür fliegen ohne irgendwelche Bomben zu legen oder sonst was zu tun Einfach nur zur gelben Tür Mehr nicht Und dazu brauche ich auch keine Bomben liegen Nein nein stell dir vor brauche ich nicht Wird denn überhaupt gelbe Türen nur diese eine oder ist da irgendwo noch nicht Noch eine andere Äh guck geht es doch noch weiter ohne gelbe Tür Ist hier doch nicht Gut hier ist gelbe Tür auf jeden Fall nochmal Äh guck ging es doch da noch weiter Verwehrend ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal Pause Also Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder Bye 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 Bye